Hast du ein Aufi? Nein, meine Jacke ist drin. Er filmt schon wieder. Alles was man von uns sieht. Aber ich hab auch. Saufe! Das ist schon Level 2-0. Kannst du das auch nicht oder was? Kannst du nur mal ein Feuerzeug? Was war das jetzt? Ein Stimmschlüssel. Das geht auch klar. Sag, wir sind das auch nicht oder was? Wir geben jetzt unser Herz zu dem Herrn der Lost. Wir leben in der Hölle, nicht in Älv. Wir信. Wir geben jetzt unsere Herz zu dem Herrn der Lost. Wir sind bereit zu departen, nicht in Älv. Wir信. Wir geben jetzt unsere Herz zu dem Herrn der Lost. Wir leben in der Dunkelheit, in der Höhe des Grants. Wir geworfen uns, der Lord der Lund. Wir sind bereit, zu geworfen. Wir geworfen uns, wir geworfen uns. Wir geworfen uns, wir geworfen uns. Das hat aufgenommen, hat das gemacht. Hallo Mama. Gerrit Heinemann, wie ist das, wenn man nichts kann? So, jetzt sehen wir endlich mal Lennart. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Das dürfen Sie nicht. Wo mache ich scharf? Wo ist das? Scharf, wieso nicht? Ja, du bist scharf genug. Welcher hier? Mit dem anderen kannst du richtig schön so... Oh, guck mal, jetzt bist du... Unscharf. Immer noch scharf. Und jetzt bist du scharf. Oh, Babygirl. Wo kann ich zoomen, hier? Der hintere. Der hintere. Oh, das ist Lennart. Lennart ist sonst hinter der Kamera. Und scharf. Wie ich. Also, ich setze mich auf jeden Fall richtig auf jeden Fall. Weil... Dann weiß man ja nicht, dass sie leer sind. Weißt du? Probst du jetzt schon gerade diese Emotionen, diese Gesichtsaufnahmen? Hast du schon mal so? Hahahaha. Hahahaha. Memorie. Ja. Hahahaha. Ja, ne? Boah, ist das? Ich? Er ist der Neue. Ja. gucken ob er was kann und das sehen wir jetzt bleiben sie dran wir müssen es dann jetzt umschneiden lennart also jetzt in diesem moment müsstest du auf warte ich muss dich scharf stellen so müsstest du ja du bist so scharf baby du müsstest jetzt auf eine szene umschneiden wo dieser mann dieses mannes schlagzeug aufbaut schaffst du das ich versuche in die hand zu klatschen schatzi schenk mir ein foto schenk mir ein foto von dir schatzi schenk mir ein foto ja so ein foto wünsche ich mir schatzi schenk mir ein foto schenk mir ein foto von dir schatzi schenk mir ein foto dann schenk ich dir auch eins von deinem schatzi schenk mir ein foto schenk mir ein foto schenk mir ein foto schenk mir ein foto von dir schatzi schenk mir ein foto schenk mir ein foto von dir schatzi schenk mir ein foto ja so ein foto ok ok geht los es ist schön wir haben es auf tour geschafft es läuft alles es wird von anfang des enden laufen lasst uns diese tour mit fantastisch viel liebe und unglaublich geiler leibchen zu füllen auf dass wir einen fantastischen tourabschluss müssen wir haben werden letzte tour dieses jahr das ist mega geil wir sind los 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 kaputtsschlagen kaputtsch iron made iron made homecoming auch ja 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 homecoming euch leibchen und das leibchen neu Musik Your stars let you astray Earn your words from the headstone and graver Not one more sanctimonial saviour Truth is all, you're the sinner veiled in the scene Your stars let you astray Scorch and burn Scorch to the burn Zilfix, Nürnberg! That was awesome! Fuck! Wow! That was nice! Hey! Hey! Aber das geht so schnell vorbei, was denn? Ja, Mann! Das höre ich oft! Da ist noch was! Boah! Geil! Tourstart! Wuhu! 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 Du kriegst ihn nicht scharf! Doch! Oh! Ahahahahahahaha! große Faktur bei Dude Wichtig schön Dabei wißt du extra marked kind Gerhard Was kann haben? Nix! Jetzt muss ich meine ganz so schöne selbst tort speicheln auch oder Nobody Oh man. Boah, ist das ein schönes Beet. Warte. Das ist nur der Hazel entgegenkommen. Wir haben jetzt nicht well getan. Wir haben doch gehorst nicht, dass wir sowieso alle Hazel der Venues, die auch an die Miete wurden. Nicht von uns oder von euch. Wer hätte den Hazel bestellt? Ich hab nur immer gedacht, ich müsste tippen. Kann man das nicht kriegen? Ei. Höhöhöhöhöh.